Das hessische Hauptstaatsarchiv verwahrt einen Atlasband mit Tuschezeichnungen Nassauischer Schlösser. Aus der Feder des Idsteiner Schlossbaumeisters Henrich Hör. Sie sind in etwa in das Jahr 1617 zu datieren. Hör erhielt 1614 von Graf Ludwig II. von Nassau-Weilburg den Auftrag zum Bau des Schlosses in Idstein. Daneben fertigte er für seinen Herrn Zeichnungen von anderen nassauischen Schlössern in Saarbrücken an. Sie sehen hier den Aufriss dieser imposanten Anlagen. Ferner zeichnete er die Schlösser in Homburg-Sahar, Philipsborn, Neunkirchen-Sahar und Ottweiler. Vom Weilburger Schloss, einem Renaissancebau, der 1532 bis 1538 errichtet wurde, zeichnete Hör insgesamt fünf Pläne. Je einen Grundriss und eine Schrägaufsicht von Erdgeschoss und Billetage, sowie eine Gesamtansicht des Gebäudes aus der Vogelschau. Seine Zeichnungen verraten eine hohe Kunst der räumlichen Darstellung. Man blickt hinter der sichtbaren Außenlauer in einer Ansicht von oben in jedes Zimmer hinein, wobei Räume, Treppen, Flure, Türen und Öfen zu erkennen sind. Die Gesamtansicht des Weilburger Schlosses aus der Vogelperspektive dokumentiert Details des Fassadenschmucks, wie Renaissancegiebel, Erker, Türme, Portale, geschweifte und kleeblattförmige Zwerchgiebel, Dachgauben und Fahnenstangen. Untertitelung des ZDF, 2020